Yo liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier, ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Challenge Video. Heute haben wir mal eine krasse Toad Challenge am Start hier, wo ich echt länger mal wieder Bock drauf hatte, auf dieses geile Gefühl mal wieder eine Challenge zu machen und es auch am Ende zu schaffen. Die Challenge war schon ziemlich knackig, ich muss diesmal von den Odyssey im Luncheon Kingdom, ohne eine Kaperung, ohne sich zu teleportieren, zu Captain Toad gelangen. Ich hab zwei oder dreimal verkackt, aber dann ist es geschafft und ich werde euch jetzt den Versuch zeigen, wo ich es geschafft habe. Es ist wirklich unterhalten und cool, guckt es euch an, über einen Daumen nach oben und ein Abo, würde ich mich natürlich freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So Leute, jetzt probiere ich mal einen anderen Weg und zwar hier die Odyssey, kann man ja perfekt nutzen und man braucht auch nicht diese Gabel rechts, um dort oben rauf zu kommen, nämlich mit einem gezielten Capsprung und ein paar Rollen kann man das schnell schaffen hier Leute, passt auf, ich zeige euch das. Dann kann man sich da unten diese ganze, ich sag mal Lavapassage sparen, ist schon nicht so schlecht. Gucken mal hier, zack zack, das sollte noch alles kein Problem sein. Ähm, das Ding ist später zu Captain Toad da, bei dem großen Berg, Leute, das wird hart. Das hier ist ja Kindergarten, man darf ja nur nichts kapern. Versuche ich mal, ob ich hier so gleich hochkomme. Müsste ich aber auch schaffen. Zack. Oh, das Movement ist so geil von Mario Odyssey, wirklich. Ich habe jetzt ein paar Mario Maker Challenges gemacht und jetzt falle ich natürlich hier runter, Leute. Äh, ja, soll aber auch kein Problem sein. Ähm, und das, die Steuerung von Mario Odyssey ist sowas von geschmeidig und geil, Leute. So, komme ich hier rüber? Ja, komme ich, glaube ich, ich habe das schon mal geschafft. Zack. Ja, easy, Leute. Bis jetzt kein Problem. Also, selbst wenn ich eben, ich habe jetzt, das ist, glaube ich, der dritte Versuch oder so, aber ich denke mal, jetzt sollte ich es schaffen. Jetzt gibt es kein Problem. Ähm, jetzt weiß ich genau, was ich machen muss. So, das wird hier nochmal tricky, nicht runterzufallen. Aber sollte auch nicht so schwer sein. Ihr könnt ja unbedingt mal nachspielen, Leute, die Challenge. Und ihr könnt ja am besten, am besten könnte man mal die Zeit stoppen. So, ich finde, das ist cool, so das zeittechnisch nochmal zu machen. Und jetzt, oh Gott, schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das. Ja, reicht. Reicht. Gerade so. Puh, ein Treffer mehr und das wäre es gewesen, Leute. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich versuchen, irgendwo ein Herz zu kriegen. Ist in den Steinen hier eigentlich was drin. Ich gucke mal. Da ist keiner drin im Block. Die Steine. Ne, ich glaube, da ist nichts drin. Deswegen. Ja, egal. Ein Herz reicht, Leute. Ein Leben reicht für Mario. Ich, eigentlich kriege ich nämlich auch keinen Schaden mehr. Jetzt versuche ich dort oben raufzuspringen. So wie in dem Koopa Race. In dem Koopa Race, wenn du deinen Rekord brechen willst, musst du hier diesen Sprung machen. Zack. Und hoch. Geschafft. Easy. Geil. So, und jetzt muss ein Triple Jump kommen. Ich versuche das mal. Long Jump. Ne, das reicht nicht. Das reicht nicht. Man könnte das nämlich mit dem Long Jump machen. Und damit man mehr Geschwindigkeit hat, dann kommt man weiter. Aber ich muss das leider so machen. So, ein bisschen. Ein bisschen weiter an die Kante muss ich schon, Leute. Ansonsten macht das alles keinen Sinn. Zack. Reicht das? Oh Gott, oh Gott. Und es reicht. Nice. Nice, nice. So, zack. Oh, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Das nehme ich noch mit. Zack. Und jetzt hoch. Oh Leute, wenn jetzt nichts mehr passiert, ist die Challenge an sich geschafft. Also wirklich. Eigentlich gar nicht mehr so schwer, um ehrlich zu sein. Man muss ja auch nicht immer nur die krassesten, überkrassen, schweren Challenges haben. Es kann ja auch mal anders gehen, Leute. Dritter Versuch geht ja noch. Ich weiß noch, wo ich den einen Glitch im Polarland gemacht habe, Leute. Wo ich irgendwie fünf, sechs Stunden gebraucht habe. Den Akata und Iblali auch noch gemacht haben. So, jetzt nicht hier runterfallen. Und jetzt mit einer gekonnten Rolle am besten. Rolle ist immer das Beste. Um die meisten eine größte Distanz. Zack. Und Challenge geschafft. Ich bin beim Käpt'n tot. Und springe ihn erstmal auf den Kopf rum. Geil, Leute. Ja, liebe Leute. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock noch auf weitere Challenges habt, die ihr auch selber nochmal nachspielen könnt. Dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich bin damit raus. Ciao und tschüss. Euer Theo.